So schön, dass ihr eingeschaltet habt, so ein Showdown und mit dabei ist noch der Fuchs. Hallo. Hallo. Und der Mond. Der Mond. Der Mond. Der Mond ist aufgegangen. Der Mond ist unsere Sonne. Was ist so ein Lied? Von Jan Delay. Ach echt? Dafür kennt... Keine Ahnung, ich kann fast keine Lied davon denken. Ich auch nicht, aber das ist irgendwie... Der hatte mir immer eine Verzögerung. Da gab's das nicht. Ich hab mal so'n... ...klappmix von dem Lied. Irgendwie sowas. Das hast du ganz gut angehört. Das ist wirklich... ...klappmix, ich dachte, klappmix. Ich dachte, klappmix, 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 klappmix. Aber irgendwie klappmix einfach nicht so. Okay. Das ist okay, sag mir also, keine Ahnung. Der Mond ist unsere Sonne. Ja, so. Mal gut. Was ist denn, wir brauchen heute kein Licht? Keine Ahnung. Was? Wir brauchen noch kein Licht. Hä? Richtiger Gamer, ey. Hä? 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 Was? Was? Das ist schön in so einem Bunker, Mockeballern und dann... Bunker, Mockeballern und dann... Ja gut. Äh... Nö, da ging anders, der wurde die gesungen hat. Der Mond ist aufgeisselt. Jan, bist du es? Ich habe beim Reden immer so eine Verzögerung. Das ist ein Delay. Reden Delay. Oh nein. Hey, nicht in der Fass. Hau ab. Da waren die Kollegen mal schnell gewesen mit dem Boss. Aber hallo. Wie habt ihr den weg gemacht? Ich fragte nur für einen Freund, was ihr von Waffen bei habt. Reingerannt und explodiert. Die haben vielleicht auch vier Stickys bei mir. Hä? Was haben wir abzappelt, ne? Richtiger Zappel, Philipp. Hey, der Morty. Wo ist der noch am Boden bei mir rumgezappelt? Das sah aus, als wenn ich Breakdance machen würde, so. Jawoll. Auf dem Rücken wie Maikäfer. Geht's dem nicht gut? Sollen ich helfen? Nee, ich tanze. Cool. Brauchen Sie Hilfe? Brauchen Sie Hilfe? Solch einen Arzt holen. Nein, nein, ich tanze. Tanze, das ist Absicht, was? Das ist Tanzen. Eine kleine Dürmer. Ah! Warte mal, der Morty läuft da irgendwie. Ja, guck, man muss gerade ja nicht bewegen. Was? Wo siehst du weh? Oh, ich hab gedacht, dass jemand gekrochen hat, aber die hat nur das Pferd gegessen. Oh, moll. Aber die hat einen sahnigen Hedgehog gekriegt, ich hab mich echt erschrocken, gell. Ich dachte jetzt gerade. Ja, komm mal, ja. Ja, komm mal, ja. Guck mal, Morty, sogar ich werde geschlossen. Sag mal, sitzt da einer im Türmchen drin? Nein, ich denke nicht. Hallo. Ich bin mal, ich bin mal aggressiv. Äh, Pisser. Achso, du gehst ran. Das meinst du. Mach mal auf hier. Achso, hast du schon. Ja. Aber haben die die andere Fenster schon zugemacht? Nö. Aber die haben jetzt den Boss. Boah. Vor allem den Fucker. Boah, fucker. Ich bin ein Saun an der Tür. Äh, ja. Äh, ja. Aufgenommen. Ja. Ja. Ein hab ich. Komma. Muss heilen. Hinter der Tür auf. Da ist tot. Ja. Wann alle? Sehr schön. Wenn ich um die Treppe runter. Ich mach die Tür auf und dann steht er einfach hier. Ich hupen. Ich hab mich angeguckt. Peng hat er gemacht. Ich hab ganz groß, ich hab Puff gemacht. Da hab ich was gesehen. Was? 25. Ganz schwach. Okay. Weil ich hab gar nichts gesehen habe. Dann. Machen wir noch mal eben kurz vor dir. Äh, 150, 165. Da hin auf dem Steg nix special. Wenn ich hier raus lasse, geradeaus durch. Wie komm ich dahin? Hm, nicht ohne gesehen zu werden wahrscheinlich. Ja, ich hab schon Pferd gehört. Ja, ich hab schon Pferd gehört. Komm näher. 150. Okay. Ich hör sie gerade. 105 ist einer. Es ist dunkel, ist dir da nix draußen. Ich geh mal wieder rein. Ja, ich auch. Können sie mal kommen. Wir haben die größeren Knarren. Hoffentlich. Stehen wir die größere Munition. Stehen wir die größere Munition. Stehen wir die größere Munition. Stehen wir die mit Doppelautomat. Stehen wir die mit Doppelautomat. Ah, das ist. 105 schlägt er. Der schlägt er fast im Boden aus. Ja, einer 105, einer 240. Der ist weit außen. Also können wir 105 pushen gehen? Ja. Soll war dann. Wir wurden raus. Ich hab nur einen da gesehen. Vielleicht sind da auch zwei. Ich hoffe es nicht. Nö, ich seh nur einen. Fuck. Oder war nur von 30 Grad einer. Warte. Ne. Ich seh nur den. Der ist mitten im Feld oder so. Ich geh mal näher an. Ich hab ihn gesehen dahinter. Hat ein Hit. Noch ein Hit. Seh, ich seh nicht. Ich geh von Leute putzen. Genau auf Ping. Noch ein Hit. Der rennt weg. Der hat drei Hitze kassiert. Ja. Der Kollege müsste wahrscheinlich gleich kommen. Ja. Da kommt doch die 270 langsam an. Ich looted ihn mal schnell wegen Gesicht. Ich auch wegen. Oh mein der Arme. Der hat eine Windfigur. 2. Weißt du wo? Ich hab noch zwei Sekunden. Ich hab noch vier. Ich guck das noch einen Moment. Oh. Oh. Äh. Da hinten. Kann schon an der Ecke genau stehen heute. Ich geh mal über dem Dings heran. Aua. Oh. Ich seh immer ne Mündungsfeuer. Der hat mich hart gehittet. Ich muss heilen gerade. Jaja mach mal. Der schmeißt Kappes. Ich hab den Hit abbekommen. Ich muss immer noch heilen. Alles gut. Ich bin wieder im Spiel. Rosa. Wie hast du Mücke? Hat wieder ein Hit? Ja. 10. Ich hab immer mit dem Mücke. Tot. Hören. Ich wollte grad gucken wo das. Gott fehlt und Lebel. Na dann. Dann. Dann gehen wir wohl mal nach Sweetbell. Mal kurz an der Kutsche hier vorbei. Die sind hier um die Ecke. So. Warte über die falsche. Das war auch das Pferd wahrscheinlich was gehört hast. Das gefällt mir. Ja. Wieder alles aufgefüllt. Jawohl. Jawohl. Dein ist noch ne Kutsche. Äh warte mal. Was denn? Achso. Bitte. Ich hab 10 Minuten laufen. So lange soll ich 20. Oh. Er hat auch einen ganz komischen Headshot von mir gekommen. Es hat richtig geklatscht. Ganz cool. Er ist gesprungen und da hat sich irgendwie geduckt. Und beim ducken hat er von mir, wenn ich mich auf Brusthöhe gezielt hab. Noll. Hat er eine richtig schöne Heller grassiert. Äh. Wie viel Sekunden hast du noch? 2. 2. Herr Roller. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 3. 5. 3. 5. 2. 5. 5. ist das so die ist dazu auch schon gebunden ist ja also zwei aber schon das stimmt wenn das hat die dritte wir sind das vierte also haben wir noch ein oder zwei vier fünf sechs sieben aber zweite würde bis zwölf kann so auch der jahre hinweise war dann doch auf braucht er lange nicht mal aber habe ich gehört ich habe geschlagen aber hat sie ihm die verbrauchten ja ich gehe auch lang oh gott aber der hat aber auch lange am bus steig gestanden war ich ziemlich das große große chubi kit war zu lang das große chubi kit was 2 auf 90 und 120 90 120 post ist hier was das hier und auf 90 120 sind zwei der ist da drin ja ich wusste und die hat aber auch also die stand hier ich stand david slack hat die weggeknallt oder hast du den headshot gegeben damit keine ahnung ist auf jeden fall und der boss ist hier drin na dann gehen wir da mal rein ich weiß nicht wer hier ist oder im nebenbaus ich glaube hier ist keiner mehr da ich habe keinen gesehen ich habe einen stack E achso ja dann mach mal wo ist der da ist er sitzt fast wackelt und wird Luft ah 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 ich habe mich durchgerannt alter ich habe gedacht die kriegt mich jetzt mit der mit der sticky weil die durch mich durchgerannt ist hm stimmt was hä genau ich bin so mädchen dann fallen die auf spinni spinni man weiß so frage ob ich mal eben gucken wo es bisschen money ist aber vier schluss reicht für vier tötungen für fünf fünf tüten ach lol da ist ja eine mit warte hin hä ist ja noch eine bären volle hier ist ja mittlerweile auch noch ein aufgang achso hier kann ich ja sitzen besitze ich mal da hinten guck dir mal aber hier setzt mich hin guck hier ich warte unten hihihi 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 dieser lunken will die kommen hihihi 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 nicht erwarte ich hier welche mal laufen ich glaube ich nix da schleicht irgendwas bei dir 7590 matsch aber kann sein dass dort ein zombie einfach läuft oder so oder was ist der kumpel da unten weiß ich nicht aber wahrscheinlich klumpel soll ich hier mal weg machen warte mal keine ahnung nicht Kloppiger Freund. Ist einfach gar keiner mehr da. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht gammelt die auch noch irgendwo rum. Ich glaube, ich gehe da mal hin. Ich glaube, da kommen sie nicht einfach reingesprungen. Ob die Bären fallen können, sind nicht einfach vorher schon in Schwerf, wie immer. Oh, du stehst ja zumindest auch rum. Ah ja, ich stehe hier, ich warte. Klumpige Tage. Oh, wir gehen voll ab hier. Krass. Windy? Oh. War nicht getroffen. Ja, kommen wir direkt bei Windy raus, genau. So. Windy? 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 Maja. Windy, Maja. Oh ne. So, Waffe geputzt. Windy, Maja. Wie nennt man die eigentlich? Bienerich? Was? Bienerich. Bienerich? Wer? Ist Willi, ist Willi ein Bienerich? Oder? Ich weiß es nicht. Das ist eine Arbeiterbieder. Oder? Ich hab' keine Ahnung. Aber es ist ein Bienerich. Ist ein Bienerich? Ein Bienerich. Ich kenne nur, ich kenne nur Bienerich. Oder vielleicht ist es ja auch ein, äh, they, them. Jetzt wird's will. Jetzt wird's will. Man weiß es nicht. Knie klar definiert, was Willi ist. Willi ist einfach eine Biene, glaube ich. Biene, Biene. Nein, eine Biene. Biene. 1,1,1,1 Biene. 1 Biene. Oh, warte mal, ich nicht, aber. Hier ist Lightfoot. Oh, hab ich schon. Ich will's nicht. Ich will nur coolen Sachen. Ha, Wunder, wo sind die? Da hinten. Was noch? Soll ich die anzünden? Die brauchst du nicht. Okay. Okay. See ya. Also heute irgendwie, es geht irgendwie auch rein heute. Heute geht rein. Das sieht nicht schlecht aus. Ich hab keine Sicht mehr. Geil. 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 Special Effects. So, was haben wir denn schönes? Ja, guck doch mal. Ja, kick an. Geil. Das war doch. Spitze. Das war spitze. Das war schwierig, schwierig. Nicht das Copyright jetzt hier. Oh ja, das war, das war, naja, geht so. Das war super. Das war, dufte. Das war schnaffte. Das war schnaffte. Das ist es so wahr. Ja, schau mal in den Kommentaren, wie es war. Soll es gerne morgen wieder einschalten. Um 13 Uhr und so ein Showdown. Tschüss. Tschüss. Das war schnafft. Untertitelung. BR 2018